moin freunde wir drehen am glücksrad wegen entscheidenden spiel sorry ein mikrofon fliegt jetzt schon runter einrichten das spiel entscheidet also glücksrad entscheidet was wir spielen sollen also naja nicht spielen ich darf dann entscheiden oder peter hier steht mein name grün und peters gelb ich drehe na toll ok leute das war's jetzt mit diesem video lassen und ein abo da bis live